Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 9. Dezember. Heute haben wir dabei AirPods Max, Fitbit, YouTube, WhatsApp Business und TripAdvisor. Ja, die erste große Nachricht, die ihr wahrscheinlich eh schon mitbekommen habt. Apple hat gestern überraschend ein neues Produkt vorgestellt und zwar die AirPods Max. Das sind Over-Ear-Kopfhörer, kabellos logischerweise, kommen mit dem H1-Chip von Apple und verbinden sich natürlich super duper mit euren Apple-Produkten. Kosten satte 597,25 Euro. Komischer Preis, wahrscheinlich wegen der gesenkten Mehrwertsteuer und danach wird es runder. Und verschiedene Farben, Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink. Ja, können natürlich ganz viele dufte Sachen, super Sound, Noise Cancing logischerweise. Und ihr könnt sie euch bestimmt im Netz in Ruhe angucken und ich muss euch das nicht im Detail erzählen, wenn es euch interessiert. Bei dem Preis können jetzt auch schon vorgestellt werden und werden ab 15. Dezember, also sprich in der Woche, dann ausgeliefert. Anderes Produkt, Fitbit. Die haben jetzt eine intelligente Trinkflasche auf den Markt gebracht und zwar die Hydrate Spark Steel. Und das ist eine Trinkflasche für den Sport. Die koppelt sich mit eurem Fitbit Armband oder eurer Fitbit Watch. Und Sinn der ganzen Sache ist, dass durch diese Kombination ihr informiert werdet beim Sport, wann ihr trinken sollt, damit ihr nicht dehydriert. Und das trackt ihr dadurch. Und ja, ob man das braucht, weiß ich nicht. Ist aber auf jeden Fall eine witzige Sache und ich wundere mich, dass da noch nicht andere vorher drauf gekommen sind. Nächstes Thema. YouTube. HDR. High Dynamic Range. Das ist ein erhöhter Dynamikumfang und der lässt Filme ganz neu erleben, erstrahlen, auf entsprechenden Fernsehern logischerweise. Wenn der Fernseher es nicht kann, habt ihr da nichts von. Seit 2016 gibt es das auch auf YouTube als Möglichkeit. Und nun gibt es HDR auch als Möglichkeit fürs Livestreaming auf YouTube. Logischerweise braucht man natürlich einen unterstützten Encoder und auf der anderen Seite, wie gesagt, muss natürlich ein entsprechendes Endgerät da sein. Ja, ich weiß nicht, ob wir das gebraucht haben oder ob es nicht dann eh an der Bandbreite, gerade hier in Deutschland, oft scheitert bei den Livestreams mit der Qualität. Ja, WhatsApp Business. Das ist der Businessdienst von WhatsApp. Wird noch relativ wenig eingesetzt, wie ich finde. Wird aber auch regelmäßig erweitert von WhatsApp und nun hat WhatsApp Business eine neue Funktion bekommen, und zwar den Warenkorb. Also man konnte schon einen Produktkatalog hinterlegen und nun kann man aus diesem Produktkatalog Produkte, die man kaufen will, in seinen Warenkorb in WhatsApp Business legen. Und die dann entsprechend per Nachricht auch zum Kauf an das Unternehmen schicken. Ja, mal sehen, ob das Unternehmen einsetzen. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was ja vielleicht auch gerade wegen Datenschutz in Deutschland noch nicht so Antrieb bekommen hat. Denn da wird WhatsApp ja immer skeptisch beäugt. Skeptisch beäugt wurde unter anderem auch TripAdvisor von der Cyberspace Administration of China, kurz CAC. Die haben nämlich mal drauf geguckt, nach ihren Internetregularien, welche Apps denn diese verletzen und haben jetzt 105 mobile Apps verboten. Und unter anderem auch TripAdvisor, also bei den ganzen anderen Apps sind es größtenteils chinesische Entwickler, die es nicht so ernst genommen haben mit den Regularien. Bei TripAdvisor hängt es auch damit zusammen, dass die in einer Partnerschaft mit Trip.com sind. Die sind auch ein an der Börse, in Amerika sogar, gelistetes chinesisches Reiseunternehmen. Und ja, da ist wohl irgendwie dann, wo was stattgefunden, dass die dann auch mit der Technologie irgendwie was austauschen und hin und her. Und da liegt es wohl im Argen. Nichtsdestotrotz, TripAdvisor erstmal da in China jetzt hier gebannt. Und das hat sich auch auf den Aktienkurs von TripAdvisor an der Nasdaq in New York ausgewirkt. Der ist natürlich dann auch sofort runtergegangen, weil natürlich ein großer Markt verloren geht. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Mittwoch, Bergfest, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.